Ja, meine Damen und Herren, der VIP-Bereich, der hat es in sich, aber jetzt ist es uns endlich gelungen. Nach wenigen Stunden des Wartens ist er zu uns gekommen, der Veranstalter, Mitveranstalter Dietmar Gugler und nach wie vor Bundestrainer, der Springreiter, der jungen Reiter. Dietmar, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich sage jetzt einfach mal du ganz spontan. Vor lauter du und sie kommen wir ganz durcheinander. Dietmar, dieses Wochenende auf gut isig. Donnerstag hat es angefangen. Eine ganz kurze Zwischenbilanz. Wir haben noch den heutigen Nachmittag mit dem großen Preis, aber so eine Zwischenbilanz lässt sich doch bestimmt schon ziehen. Ja, natürlich. Wir sind sehr zufrieden, weil wir einfach eine Mischung aus tollen Spitzenreitern wie Markus Ening, Meredith Michaels-Beerbaum, Beat Manley, die schwedische Nationalmannschaft hier haben und dann Amateure und junge Reiter. Und das war eigentlich auch das ursprüngliche Konzept, das wir hier auf gut isig mit diesem Turnier machen wollten. Eben eine Mischung aus Spitzensport, Amateursport und Jugendsport. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Wie ist es euch denn gelungen, so Top-Leute wie Markus Ening, Markus Baerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum und alle, die du aufgezählt hast, nach Ising zu bekommen? Ich meine, du bist im Reisport bekannt wie ein bunter Hund, sage ich mal jetzt so hin und her. Hast du den Einfluss oder rufst du mal eben an und sagst, kommt oder kommen die von selber? Ja, gut, dieses Jahr war es glücklich, weil die sich auf die Weltmeisterschaften in Kentucky vorbereiten und dort gibt es einen Sandboden und hier hatten wir eben auch Sandboden. Die beiden internationalen Turniere in den nächsten Wochen, Paderborn und Dona Esching, sind auf Grasboden. So bot sich das hier an. Das wird sicherlich nicht jedes Jahr so sein, aber der persönliche Kontakt, den wir als Trainer zu den Reitern haben, der hilft natürlich auch. Und wie gesagt, jetzt ist die Globetour zu Ende, jetzt sind die Nationenpreise zu Ende. Die Spitzenreiter nutzen dieses Turnier, um mit ihren Kunden, mit ihren Jugendlichen, mit ihren Amateurkunden auch hierher zu kommen, hier zu reiten und sie können hier auch ihre jüngeren Pferde mitbringen und an den Start bringen. Alles klar, also eigentlich eine sehr, sehr positive Bilanz. Jetzt passt natürlich auch noch heute das Wetter. Heute zum Abschluss noch der große Preis und dann natürlich auch noch die Entscheidung im iCup. Wer qualifiziert sich als nächstes für das Festheilendturnier in Frankfurt?